Ey, ich hab ein Problem. Also ich hab mich gestern online mit Katie gestritten und ich hab sie in eine Schlampe gedannt und jetzt hat sie alle in der Schule gegen mich aufgehetzt. Mann, ey, heute ist eine Geburtstagsfeier, da werden alle da sein. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich kann da nicht hingehen, ich muss das jetzt klären. Amine! Scheiße, ich muss weg. Hi. Morgen. Amine, keine Handys am Tisch, ja? Ja, es ist aber wichtig. Weg damit. Du beschäftigst dich den ganzen Tag mit diesem blöden Computer. Ich verstehe sowieso nicht, weshalb die Kinder immer nur noch in dieser digitalen Fake-Welt kommunizieren. Ey, hallo, für mich ist das kein Fake, ja? Ja, aber jetzt nicht hier am Tisch. Ey, zum Glück gehst du ja heute in die richtige Welt. Auf eine Geburtstagsfeier. Nee, ich geh da nicht hin. Wie? Wie, du gehst da nicht hin? Ich verstehe wirklich nicht, was mit dir los ist. Du sitzt die ganze Zeit nur noch in deinem Zimmer rum und beschäftigst dich mit diesem blöden Telefon. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt wohl. Du triffst überhaupt keine richtigen Menschen mehr. Nur noch über diese Welt hier drin. Wenn du so weitermachst, bist du so richtig abhängig davon und wirst ein richtig sozial isolierter Mensch. Ja, wisslich. Hallo? Ja, hallo? Ja. Wow.